Hallo und herzlich willkommen bei Hotstock Flow, mein Name ist Daniel. Heute möchte ich euch mal wieder zwei, also wirklich Ultra-Hotstocks vorstellen. Das eine Unternehmen hat noch nicht mal eine Marktkapitalisierung von 40 Millionen US-Dollar, also die befinden sich wirklich noch komplett im Anfangsstadium und auch das andere Unternehmen ist gerade mal mit etwas mehr als einer Milliarde Dollar aktuell bewertet. Also wirklich richtige Hotstocks, die wir hier heute vorgestellt bekommen. Es handelt sich um zwei Unternehmen, die im Alzheimer-Bereich tätig sind und das ist natürlich ein riesiges Thema und die möchte ich euch heute mal näher vorstellen, was sie genauso im Portfolio haben und natürlich, was sie auch sonst so haben. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei dem Video. Das erste Unternehmen, welches ich euch heute vorstellen möchte, ist Synaptogenics. Das ist ein Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von ca. 34 Millionen US-Dollar aktuell. Also sie befinden sich tatsächlich noch ganz am Anfang ihrer Reise und sie erwirtschaften auch zurzeit noch keine Umsätze, wie ihr gleich sehen werdet. Als erstes wollen wir uns mal kurz die Pipeline anschauen, die sie gerade eben haben und am weitesten sind sie hier eben mit ihrem Alzheimer-Medikament. Das Unternehmen hat ein sehr erfahrenes Management-Team mit über 30 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von eben verschiedensten Plattform-Medikamenten. Sie haben mehr als 200 Millionen Dollar an Finanzmitteln zur Verfügung und sie versuchen unter anderem eben Medikamente beziehungsweise arbeiten an Indikationen gegen Alzheimer-Krankheiten, aber auch beispielsweise im Bereich der multiplen Sklerose, Parkinson-Krankheiten oder Hirnverletzungen oder Schlaganfälle sind sie tätig. Also ein breit gestreutes Pipeline-Projekt, beziehungsweise Projekte, die sie so haben. Aber wir sehen natürlich, dass vieles noch in der präklinischen Phase ist, beziehungsweise auf dem Weg zur Phase 1. Lediglich eben das Alzheimer-Produkt befindet sich schon in Phase 2. Und bis da natürlich dann was spruchreif ist, das dauert natürlich noch viele, viele Jahre. Aber wenn man sich hier dann eben gut positioniert hat und hier eben einen Durchbruch gelingen könnte, dann hat man hier natürlich dann ein wirklich sehr aussichtsreiches Unternehmen. Aber das sollte natürlich trotzdem nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich hier wirklich um einen Ultra-Hotstock handelt mit sehr viel Risiko mit dabei, der aber eben dann auch sehr aussichtsreich sein könnte, sollte hier dann tatsächlich was Spannendes entwickelt werden. Hier seht ihr dann mal die Zahlen der letzten Jahre und da sieht man dann eben, dass noch keine Umsätze erwirtschaftet wurden und die Ergebnisse nach Steuern immer im negativen Bereich war. Liegt natürlich dann eben auch nahe hier. Also das Unternehmen verbrennt zurzeit hauptsächlich Geld. Aber das ist eben so der Fall, wenn man hier am Entwickeln von verschiedensten Medikamenten ist. Diejenigen von euch, die mich schon länger verfolgen, wissen ja auch, dass ich schon öfters darüber gesprochen habe, so eine Medikamentenentwicklung dauert als gute zehn Jahre, teilweise sogar noch länger und verschlingt in der Regel einen dreistelligen Millionenbetrag. Aber es kommt natürlich eben immer auch darauf an, an was genau hier geforscht wird. Also es ist ein Unternehmen im kompletten Anfangsstadium, aber wenn man hier dann eben tatsächlich beispielsweise was gegen Alzheimer finden sollte, könnte man dann eben hier wirklich zu einer der absoluten Profiteure dann mitzählen und hier wäre dann natürlich eine absolut andere Bewertung dann, die im Raum stehen würde. Aber das sollte eben nicht darüber hinwegtäuschen, dass es bis hierhin auch auf jeden Fall noch ein langer Weg ist. Aber es ist ein interessantes Unternehmen mit einem starken Management, die in viele Bereiche forschen, auch einiges an Finanzmitteln zur Verfügung stehen haben. Und hier könnte definitiv einiges möglich sein in den nächsten Jahren. Dann, bevor ich euch das zweite Unternehmen zeige, noch kurz was in eigener Sache. Wenn euch unsere Videos gefallen, werden wir uns sehr über ein Abo und einen Daumen nach oben für das Video freuen. Außerdem vergesst auch nicht, die Glocke zu abonnieren, dass ihr keine neuen Videos verpasst. Damit unterstützt ihr uns auch ungemein bei unserer Arbeit. Vielen Dank dafür. Das zweite Unternehmen, welches ich euch heute vorstellen möchte, ist NFX. Das ist ein Unternehmen, welches bereits schon um einiges weiter ist, auch schon mit mehreren Sachen im Portfolio, wie ihr gleich sehen werdet. Daher auch schon eine deutlich höhere Marktkapitalisierung von 1,6 Milliarden Dollar. Aber auch dieses Unternehmen erwirtschaftet aktuell noch keine Erträge, beziehungsweise bis zum letzten Geschäftsjahr. Hier seht ihr jetzt mal die Pipeline von dem Unternehmen. Und da sehen wir eben, dass sich bereits schon einiges auch in der Phase 3 befindet. Und darunter eben dann auch ein Mittel gegen Alzheimer. Also hier hat man schon wirklich sehr starke Fortschritte gemacht. Aber man ist eben auch beispielsweise hier ebenfalls im Parkinson-Bereich tätig oder auch in verschiedensten anderen Themengebieten. Also ebenfalls ein wirklich sehr spannendes Unternehmen, welches schon einige Schritte mehr gegangen ist und hier bereits auch schon eben sehr aussichtsreich dann das eine oder andere dann hier eben aufgestellt hat von seinen Medikamenten beziehungsweise von seinen Behandlungsmethoden. Und auch hier steht eben mit der Alzheimer groß im Fokus und eventuell könnte hier dem Unternehmen dann der Durchbruch gelingen, der dann eventuell eben auch hier diese Krankheit behandelbar machen könnte in den nächsten Jahren. NFX verwendet die Präzisionsgenetik zur Behandlung schwerer und verheerender neurologischer Störungen und konzentriert sich dann eben auf seltene Krankheiten ohne verfügbare Therapie sowie andere Krankheiten, die aufgrund alternder Population zunehmen, wie eben Parkinson und Alzheimer. Also dass ihr auch mal gehört habt, wo das Unternehmen so seine Kernkompetenz selber drinnen sieht. An den Zahlen seht ihr es hier ebenfalls. Bis 2020 wurden auch wie bei dem anderen Unternehmen keine Umsätze generiert und es standen immer Verluste im niedrigen zweistelligen Millionenbereich dann an. Aber eben diejenigen, die sich schon länger so im Gesundheitsbereich auskennen beziehungsweise damit beschäftigen, wissen eben, wenn so ein Medikament dann tatsächlich gegen eine Krankheit, die aktuell noch relativ wenig therapierbar ist, auf den Markt kommt von so einem Unternehmen, das könnte dann wirklich für eine komplette Neubewertung sorgen. Und gerade bei NFX sehen viele das Unternehmen auf jeden Fall in einer sehr aussichtsreichen Position und man befindet sich eben schon in einer sehr fortgeschrittenen Phase des Studiums. Also da könnte auf jeden Fall einiges möglich sein in der nächsten Zeit und durchaus ein Blick wert die Aktie meines Erachtens nach, dass man sich das Unternehmen auf jeden Fall mal näher hier anschaut. Daher könnte hier dann eben auch durchaus noch Potenziale für ein Tenweger oder sogar mehr dann eben aufkommen, sollte tatsächlich dann der Wirkstoff so gegen die Krankheit wirken, wie das Unternehmen sich das dann hier vorstellt, beziehungsweise vielleicht sogar auch noch gegen andere Krankheiten. Das waren nun zwei Unternehmen, die im Bereich der Alzheimer-Krankheiten tätig sind, aber auch eben noch in anderen Bereichen, die eventuell mal sich hier sehr stark entwickeln könnten in den nächsten Jahren. Nun würde mich natürlich auch eure Meinung interessieren. Habt ihr schon mal von den Unternehmen gehört, beziehungsweise euch schon mal damit auseinandergesetzt? Schreibt uns gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen! Vielen Dank fürs Zuschauen!